Egal, zumindestens, ich habe Johnny gekillt, das bereichert. Nicht schon wieder, Lego, das hat mir schon so oft. Leicenten! Lego macht Bock. Ja, aber die Map hat mir schon so häufig. Äh, hui. Leicenten. Ja, Präg, dann komm zu mir. Leicenten. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Jetzt glaube ich, auf die Fresse. Junge, reicht doch. Junge. Ich glaube, irgendwas war in seiner Suppe drin. Ja, die braucht der Salz. Da ist man gerade so auf den Pfarrer. Ja, also irgendwas muss in dem Salz gewesen sein. Dann macht's auch da drin. Bist du sicher, dass das Salz war, was du da reingekippt hast? Oder nicht irgendein anderes weißes Pulver? Es war irgendwie weißes Zeug. Alles klar? Ja, wir wollen uns jetzt mit diesem Sound abfucken. Sag mal, du hast doch noch die Kontakte zu diesem, äh, diesen kolumbianischen Drogendealer da, oder? Ja. Ah ja, das erklärt vieles. So langsam nervst. ich hab jetzt kopfschmerzen vom lachen ja verdient verdient ja skywalker kommst du auch noch kommen kommst du auch noch auf die mädchen ach so vereilung deutschland alles da damit sind wir wieder bei der npd weisprüchen alles klar das deutsche reich was ist hier gerade los die zweite rote 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 deutschland deutschland die verbotenen strophe ja ich hab angst dass es skywalker ist ja hast du das ja ich präsentiere ihn nur in unsere gemeinsame ja ich bin runtergefallen ich hab eins gaming stand hier in der nähe gerade ich hab eins gaming stand hier in der nähe gerade auf auf es werden sechs stufen Nein! Wo ist Johnny? Johnny steht hier bei mir und schießt rum! Wo bist du? Ich bin hier in so einem Büroraum! Du kannst du reden! Alles klar, ich habe den Auftrag dich zu töten Johnny! Rick, grant Nude mal... Nein! Oh nein, Jesus! Bitte! Ja! Das nervt ihr ja noch weiter rum! Dann entmute ich ihn mal! Also ich finde es entspannend, wenn er... Mann, aber... Ah, wie soll ich mal hingekriegt, Johnny umzubringen? Was? Das geht schon wieder weiter? Ja... Sag das doch! Tja, Mann, ich bin halt zu gut für dich, okay? Ich bin halt zu gut für dich... Find dich damit ab! Hätte ich doch bloß mit den Boomerang verwendet! Aber das wäre zu verdächtig gewesen! Aber ich wusste, dass Brick noch mal die Schwerkraft abgeschaut hat! Ich habe dich sogar darum gebittet, ihn zu töten! Jaaa! Jetzt nochmal! Einigkeit! Schnauze! Soll ich ihn wieder töten? Ja! Okay, ich habe den Auftrag, ihn zu töten! Nein! Schnauze! Hast du ihn nicht getötet? Nein! Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Was? Hey, Johnny! Alter! Das macht mir da keinen Spaß mehr mit dem! Was ist denn los? Das ist denn jetzt 2000, Zocker! Was macht ihr nicht? Ganz genau! Eigentlich passt es ja zu Leon, ne? Sowas! Das ist er! Sein Name hat aufgeblinkt, als die Musik kam! Leon? Nein! Einigkeit und Reichtum! Halt die Fresse! Jetzt? Für das deutsche Vaterland! Johnny, du bist tot! Halt die Fresse! Ich kann der Praxis singen! Scheiße, du musst kacken! Na! Sag dir kacken! Viel Spaß! Letzt erwarten, bis du kacken kannst! HALO, ICH MAHL! Alter, ich wollte das schon! Ich hab gedacht, das wär im Spiel, alter! Du Kleider, go! Oh, ich Junge! Nimm dem Jungen einfach mal kurz den TTT-Rang weg! Damit der rausfliegt! Nein! Doch! Dann hör auf! Nils! Mann! Das war fast nicht! Das war fast nicht! ELE! Du bist so ein Spasti, ne? Danke! Ah, du Kleider! Oh, jetzt hol sie's dir raus! Brick, du! Hast ja Gottrechte, Junge! Ey, Junge Leon! Ich weiß, wenn ich nicht irgendwann sehe in Reelup, ich krieg... Ich bricht der grad! Ah, meine Ohren! Das ist Brick! Äh, Alter, das ist Leon! Tut mir leid! So, ich hab ihm mal vor... Erstmal vorüber geht die TTT-Range entzogen! Sehr gut! Für das deutsche Vaterland... Oh Gott! Oh Gott! Ja! 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 Nein! Du bist doch scheiße! Du bist doch scheiße! Du weißt doch nicht! oder muss los einfach in den reaktor gefallen kleine war doch deine schuld du bist da gelangen gelaufen ich kenne die scheiße ja die muss man auch wenn ich kann ja ich spiele auch ich will ja ich will ja ich will ja ich will ja warum ist denn der einzige der so offen ausspricht ich habe auch immer ich gucke ja ja sagen ich habe ich habe ich habe angst was soll die macht aber ja ich habe angst ja du hast das kompulat kommst du mir zu nahe, ich tue dich, okay? Dann komm ich so nah und bring dich um, okay? Machen wir das so. Ich hab Angst, ein Brick könnte auch sein, ne? Oder was denn mit Skywalker und Ele? Ja, wo sind die eigentlich? Hat Johnny die schon umgebracht? Die sind so ruhig. Rechtend. Ey, ihr wisst, Brick, ne? Ich glaube, es ist ohne Witz Johnny, Alter. Gehen wir rein? Okay. Auf dein Kommando. 3, 2, 1, go. Du gehst vor, ich hab Angst. Ach so ist das also, bin ich jetzt dein menschlicher Schutzschild? Ne, also doch, weil ich hab ne Schutzgen, ich kann, äh... Wo ist er hin? Ey, guck mal oben rechts. Hä? Hier liegt einer tot? Johnny ist tot? Alter, ich brenne! Hier mein... Skywalker ist es, oder Esel? Einer von beiden hat mich im Death Note angezündet. Hilfe! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Quinde quittance! Gerektin! Ich schreibe, Mann. Das war's. Das war's für heute. Was ist das? Wo ist die Hilfe? HMM 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 Kurze Frage, hört's man das? Was? Ja. Geld. Mit Tee. Warum Skywalker? Warum? Das hat gar keinen Sinn gemacht, ne? Ja. Was? Mensch, Ezer! Wusstest du nicht, dass man mit dem Lichtschwert ein Laserschwert... Ähm, was? Dass man dem Lichtschwert ein Laserschwert... Wusstest du nicht, dass man mit dem Laserschwert das Schüsse ablocken kann? Nee, du hast mich so schnell gekillt. Ja. Du hast dich sozusagen selber erschossen. Charlie? Ja? Geht's dir gut? Nein. Nein. Sag ich doch. Das Geld ist ja draußen. Anzeige, die stärkste... Ja? Hast du die Anzeige schon geschrieben? Ich hab's... Ich hab's geschafft ne Leiche zu versch... Also... Verschwinden zu lassen. Skywalker? Ey, Brick ist es. Ist es Brick? Ist es Brick? Wie soll ich es sein? Weil du jetzt ne Smog... Ich hau ab. Alter! Wie? Bitte schön. Faktest du? Ne, 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 ne... Ich hab Gaming ist es. Ne, ne, ne volle Schrottheitzeite. Du bist sehr verdächtig. Ja, verdächtig. Ich dachte nur noch ein Leben. Gaming schießt! W-Wäh! Ein! Junge! Du Dreckflacker! Du bist... Ach, meinst du das hier zum Beispiel? Ja, das mein ich. Ich komm da nicht rein. Ey, Brick ist Traitor. Warum soll ich... Ich lauf von dir weg? Welch Traitor hätt ich nicht umgebracht? Ja, der... Der ist... Der ist... Nicht so richtig schlau. Brick ist immer Traitor. Genau. Arme Leiche. Welche Leiche? Brick ist immer der Traitor also. Warum soll ich immer der Traitor sein? In der letzten Runde warst du der Traitor. Sag ich doch, du bist immer der Traitor. Hey. Genau. Wo bist du? Warum will er mich umbringen? Arschloch. In meinem Arschloch? Ja. Ich hab jetzt keinen Bock danach zu gucken. Gaming will mich umbringen. Wer sagt das denn? Du! Wer? Ich? Ja, du! Wer... Wer... Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Ja, wer? Brick hat die Dose geklaut. Tja. Wo warst du wirklich schön? Wo warst du? Outplayed. Aber wo hast du mich vernächtigt? Na, ich bin Brick hinterher gelaufen und dann hab ich das gehört. Und dann, ja, hab ich ihn umgebracht. Alles klar. Haha. Jo, ich mach jetzt ne Tanzparty, wenn wir mitkommen. Also, ich nicht. Ich hatte Angst bei deinen Partys. Mhm. Ich hätte Angst... Ich hätte mir immer die Frage gestellt, ob ich gedacht... Möchtest du meinen echten Hasen sehen? Oh Gott, fängts jetzt an wie SEO. Das ist sein Markenspruch. Ey, stopp, Johnny ist es. Johnny, Johnny. Ja, Johnny ist es. Der ist eigentlich immer Traitor. Ey, Johnny, du musst mich nicht random killen, ne? Oder Ele ist es. Oder du bist es. Ihr guckt noch mal kurz, ob ich schnell schießen kann. Nein, die ist langsam. Warum blutet Ele? Ich hab mich verletzt. Warum hast du dich verletzt? Ich bin runtergefahren. Ach so. Warum bist du denn hurt? Ich bin runtergesprungen. Rick, du bist doch auch verletzt. Nein. Doch. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ja, rein still. Du kannst es gerne ausprobieren. Soll ich da zumachen? Gaming. Ciao. Wenn ich gleich tot bin, ist es Ele. Wenn ich gleich tot bin, ist es Prick. Okay. Also Prick. So, warte. Ich möchte jetzt hier... Ich hab hier eben was gesehen. Hast du das? Prick, komm mal mit. Ja, ich komme mit. Wie gesagt, wenn ich tot bin, ist es Ese. Man kann hier nämlich in den Aufzugsschacht. LOL. Der Aufzug kommt hoch? Muss los. Na, oh. Guck. Wäre ich jetzt erquetscht worden. Das wär lustig. Wo ist er denn? Tja. Nicht sagen. Ich sag nichts. Komm. Also. Was halten wir? Tja, das wüsst du gar nicht. Rick, möchtest du mal einen Echtnasen sehen? Hilfe. Ja. Ja, das möchtest du. Hey, Kleiner. Hast du nur Geld vorziehen? Ey. Ey, Ele ist bei mir. Ele ist bei mir. Ich will nicht sein Ding. Hä? Ele ist bei dir. Ele ist gar nicht bei dir. Ele ist bei mir. Nein. LOL. Achso, du bist auch hier. Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Jungs, komm mal alle zum anderen Aufzugsschacht. Ich möchte was zeigen. Welcher andere Aufzugsschacht? Der war im Reaktor. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Erstaunt. Hilfe. Ich komm hier nicht. Es ist einfach so geil für den Zug, ne? Ich will auf der Plattform stehen. Hilfe. Wo ist der? Nein. Alter. Was ist Gaming tot? Ja, Gaming ist tot. Skywalker, das war nicht so. Oder ein Spons. Ich hab euch gesagt. Kommt so. Ich hab euch gesagt. Dreh! Geh nach oben! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich erst bewegen, weil du tot bist wahrscheinlich. Aber jetzt kann ich mich bewegen! King 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 King, King King from Sanctionen das tosten den Dr. inya in den den …. Was ist das für ein Koliengesinnsang was du hier machst das ist wo der JAKO alla Ja das weiß ich auch aber warum singt er das Leute Mh Was? London Bridge has fallen down Hör dich daaa Hallo Rutsch London Bridge has fallen down Hallo Skywalker Die Skywalker Mr. Rutsch Ja London Bridge Has fallen down Jaaa Was ist? That's a bird Hello Skywalker Falling down London Bridge has fallen down Moneyfield Lady Skywalker Er ist Ist offenbar endgültig verrückt geworden London Bridge has fallen down Falling down Falling down Verdammt ich kann die mich verletzen Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Waaah Waaah Lass uns alle sterben Brüderlich mit Herz und Hand Einigkeit und Recht Solange er das nicht fördert kann ich ihn nicht verletzen Des Glückes Und tapfer Okay ich stell mich wenn du zum aufzugsschacht wieder kommst Im Ganzen Glanz Ach so Dieses Glückes Blühe deutsches Vater Schnaufe Blühe ganz Glanz Alles Glück dieses Glückes Blühe deutsches Vater Lass Weil es geht ja noch weiter warte Das gibt's So Ja moin Was hier und ist gestorben Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland Danach Lasst uns Alle sterben Alle sterben Brüderlich Ich bin doch einfach mal in Afgha Ey Das muss da einfach sein Was fand ich Warte noch die letzte Strophe okay Letzte Strophe Nein Sonst sind wir keine richtigen deutschen Ja eben Was für deutsch Ich bin kein deutscher Was 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 wirst du dann Ich bin 31er Hä Hä Ha 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 LONDENBREK Tja LONDENBREK 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 Jetzt wird's langsam brenzlig Wie viel Zeit hab ich noch Was Wie viel Zeit hab ich noch Oh Genügend Ah Hahahaha Durch abwarten einfach Ach Johnny hat auch noch gelebt Ey ich muss jetzt mal Ja der hat den Skywalker gekillt Achso Oh Oh Vielen Dank.